Hallo, meine kleinen Menschen-Sklaven. Der Gott des Schabernacks ist wieder zurück, und da mein lieber Bruder gerade die Achtziger eurer Welt aufleben lässt, werde ich die Zeit nutzen, um für etwas Chaos zu sorgen. Tja... Und in Dortmund fang ich an, am besten im Monat eures jämmerlichen Weihnachtsfests. Doch räume ich euch eine letzte Chance ein, bin ich doch ein gütiger Herrscher. Wer mir am 3. und 4. Dezember auf der Comic-Con die Treue schwört, dem winkt Sicherheit in meinen Reihen. Doch ich erscheine nicht allein. Ein mächtiger Verbündeter wird an meiner Seite sein. Doch wer dies ist, das erfahrt ihr wie üblich erst heute Abend. Euer baldiger Herrscher Der Gott des Schabernacks